Nach wie vor suchen wir den Ausgang, auch wenn hier schon das Schild ist. Wir haben ihn noch nicht gefunden. Ich heiße euch, willkommen zurück zum Let's Play Watchdog. Wir müssen hier wieder rein und müssen zusehen, dass wir diese korrupten Polizisten hier alle über einen Kamm scheren können, indem wir sie eliminieren. Nachdem ich ja nun in der letzten Folge kläglich bescheitert bin, am vorletzten, nee, letzten Gegner eigentlich. Voll ins Bein geschossen. Wo ist er denn? Da oben drin ist noch keiner, ne? Tschüss. So. Der ist mir eigentlich so relativ. Aber auch nur hier im Spiel. So, jetzt kommt er. Mein Freund hier, den ich eigentlich bisher immer kläglich gescheitert bin. Ich gebe auch gerne zu, das ist jetzt von dieser Folge schon die fünfte Aufnahme. Weiter, wo geht der denn lang? Weil ich es bisher noch nicht gebacken gekriegt habe, diesen Freak zu erlegen. Jetzt geht er wieder zurück. Der hat sich... Der denkt sich nämlich so manches Mal neue Taktiken aus hier, der Freak. Ich hätte eben sprengen müssen. Alter. Ich bin gerade nach, mein. Ich bin gerade nach. Los, jetzt musst du nachladen. Feierabend hier. Du hast keine Munition mehr. Du bist down. Du bist down. Du bist tot. Stirb jetzt. Scheiße, ey. Alter. Das kann es doch nicht geben, ey. Meine Fresse. Splittergranate. So. Jetzt haben wir hier nämlich noch zwei. Die noch nicht so recht wissen. Wie ich sie zu erlegen habe. Was tun, was tun, was tun, was tun. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh. Sollte ich es geschafft haben. Alter Väter. Komm, Kollege. Es war ganz einfach. Du bist hier seit... 60 Tagen. Das ist gut, dass du hier in 30 Tagen bist. Oh. 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 Alter Väter. All Units, Possible Prison Escape. Be the big Ande, Joe Smith. I need a Units up to the Laundry. We lost communication. Copy. We're on it. Ok. Jetzt müssen wir raus aus der Bude. Dann wollen wir mal zurück in die Freiheit. Dunkel, schwarz wie die Nacht. Ich bin mal wieder ein Pixelmännchen. Entkommen sie der Polizei. Da kommen wir nicht hin. Ein Kinderspiel oder auch nicht. Scheiße, wie komme ich jetzt wieder raus? Gar nicht wahrscheinlich. Munition ist voll. Jetzt geht es wieder los. Ok, Leute, sind Sie bereit für das? Friggen Mind-Control. Seriously, Mann. Das ist, warum sie einen sozialen Psychologer haben. Hallo? Ok, ok. Also es gibt keine schlechte Laser oder Satellite. Zumindest nicht, die ich weiß. Aber es ist trotzdem ziemlich... Ok. Ich glaube, wir müssen uns das Tonmaterial jetzt nicht wirklich noch anhören. So, dann mein Tau, Alter. Und runter. In der Hoffnung, dass ich hier irgendwie rauskomme, Alter. Bis rein und weg. Wie schön. Ich fahre hier im Kreis und weiß gar nicht, wo ich runter soll. Da muss ich runter. Alter Schädel. Ups. Scheiße. Fahren will gelernt sein. Oh, Sackgasse. Ich komme hier gar nicht raus. Ja, Mann. Klarnes Feuerwerk gefällig. Alter, ist das hier unübersichtlich. Die warten sogar alle auf mich. Das ist ja nett. Die denken sie auch. Der Poppy, das ist so eine Lusche. Das ist so ein Nubi. Wir warten mal drauf, bis er dann rausfährt. Und dann können wir uns nochmal eine schicke Verfolgungsjagd leisten. So, reingehauen. Ich glaube, ich brauche echt ein neues Auto, ey. Vor allem ein anderes. Es qualmt nämlich hier gerade mal. Wo fahren wir hier am besten Land, ey? Das hier voll, ey. Hey, geil. Ich fahre auf der Felge. Ich habe mich gerade eben gefreut über ein schnelles Auto. Dabei war es so ein blöder Bullenwagen. Cool, ey. Nix. Du, kannst du mich mal. Ich fahre hier, glaube ich, völlig falsch, ey. Was geht das wieder los? Ey, warte, lass mich erst umdrehen hier. Lass mich bitte erst umdrehen. Bitte, 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 bitte. Es ist ja hier auch schon wieder einer. Stopp, repeat, stopp your vehicle. Jetzt habe ich sie vor mir. Die haben ich gleich. Jetzt haben sie mich, jetzt haben sie mich. Sie haben nichts hier. Scheiße. Warum fährt da auch nicht der Blödmann? Also nochmal los, ey. So ein Lappen. So, wir müssen nach wie vor hier uns verpisern. Auf geht's. Auf geht's. Ich glaube da unten runter in die Parkgarage. Habe ich hier nicht irgendwo ein schnelles Auto? Hier, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Nein, 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 bitte, bitte. Ich bin tot. Was soll denn das? Ich bin tot, wie ich bin tot. Ich bin tot, wo du los kommst. Oh, will los. Raus. Raus, 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 raus. Raus, raus, schnell. Schnell, alter. Jetzt schießen sie gleich wieder. Ich nehme hier mal den Karren. Der wird ja wohl hoffentlich schnell genug sein hier für mich. Zu schnell. Oh Mann, ey. Oh Mann. Geradeaus war das hier, glaube ich. Oh oh. Ey, ich bin zu blöd mit so einem Karren umzugehen. Das gibt's doch gar nicht. Ey, zu viel Feuer. Ey, geil. Eine Rampe. Juhu. Alter. Nur ein Flummi kann mehr. Nur ein Flummi kann mehr. Der Trick mit der Rampe, der ist echt cool. Geht das da weiter? Ja Mann. Äh, scheiße. Und den Kopf entkommen. Hast rein. Cool. Und zurück auf der Straße. Ja, ist sicher. Ja, hör mal ab hier, du mit deinem langen Ding. Da sind wir da drin. Schleich mal aus, Macker. Okay. Fortschrittsbelohnung. Sag mal, ey, hier. Da haben wir den 11,6% Fortschritt. Na, danke auch. Und noch ein Skillpoint. Drei Skillpunkte. Ich würde sagen, wir nehmen mal einen Fahrer. Jo. Präzision. Geländefahrer. Drei Skillpunkte. Geht nicht. Was haben wir hier hergestellt? Das benutze ich ja eh nicht. Aber die Hacking-Geschichte. Zusatz-Akku. Hochbahnsteuerung. Ein Punkt. Brücken. Ey, geil. Die nehme ich mit. Kann ich nämlich damit die Brücken hochmachen. Verstehst du? Ich telefoniere hier wieder in der Autofahrt. Siehst du das nicht, Mann? Das war mein Telefon, was du da gehört hast. So, verstecken wollen wir uns nicht. Wir gehen. Hau doch ab hier, du Macker. Wir gehen jetzt zur nächsten Aktion. Hier, guck mal. Wir können die Brücke nämlich jetzt hier hochmachen und können so richtig geil rüber hier mal springen. Oh, jetzt sind wir natürlich genau auf der Faktion-Seite. Okay. Okay, 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 okay. Dann geht es halt eben nochmal zurück. Oh, schade. Ey, lass uns das mal machen hier. Komm mal, komm mal, komm mal. Schön umdrehen. Und dann mit Schmackis über die Brücke, Alter. Das wirkt bestimmt cool. Hau ab, ich brauche einen Lauf. Oh, geil. Normalerweise fliegst du so 25 Millionen Tausend Kilometer und wo bleibst du dran hängen? Als so eine schwule Lampe von der Brücke, Alter. Voll geil. Voll geil. Ja, du kannst alles kaputt fahren, aber nicht diese Lampe. Ist das cool, Alter. Los, ich mach's euch wieder runter. Komm mal ab. Bin zu faul zum Laufen. Ey, so was Schwules, ey. Ja, klettern. Komm, kletter doch hier, du. Mann, bist du blöd. Ich komm über diese Lampe nicht drüber weg, ey. Voll geil. Oh, sehr gefährlich. Drücke X, um die Mission zu starten. Ich muss das kurz machen. Damien's Pride ist sein Rekstor. Ach, zwei. Halt euch, Junge. Ich bin zufrieden, was er weiß. Dann dropp ihn. Er ist zu schrecklich. Er ist zu gefährlich. Treffen sie Damien auf dem Platz. Wo sind Sie? Ich glaube, du magst meine Antwort. Du wirst es nicht. Du wirst es. Ich brauche, was du hast. Du hast mir nichts, aber Probleme. Wir sind fertig. Oh, zu lange, Aiden. Guckt er die Hackfresse an? Ja, du mich auch. Ich muss zu meiner Schwester. Nichts geht über Familie. Absolut nichts geht über die Familie. Ich nehme hier mal mein geschrottetes Auto und nagel hier durch. Man braucht jetzt erstmal Navi. Hallo Navi. Und jetzt Attacke. Grün für mich. Bin ich über Rot gefahren, aber ich muss drehen. Also mit Handbremse fahren ist dieses Auto echt wie ein Panzer. Wo? Jetzt fahren wir hier lang. Der wollte wahrscheinlich durch den Tunnel oder so kann das sein. Okay, jetzt habe ich mich total verfrannt. Ich würde sagen, wir machen hier ein Folgenpäuschen. Und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich meine Schwester besuche. Alles da, Leute! Reingehauen! Alter Felter! Die Gefängnis-Episode, die ist ja nun wirklich brutal gewesen. Hatte ich jetzt echt nicht mit gerechnet, dass das so heftig wird. Ich hätte es euch ja liebend gerne in einer einzigen Folge gezeigt und nicht über zwei Folgen. Aber leider Gottes war dann doch am Ende ein Polizist so korrupt und hat mich dann doch noch erschossen, obwohl ich ihn da vollgeblasen habe. Im zweiten Anlauf hat es dann doch funktioniert. Entschuldigung, ich habe mich gerade verschluckt. So, dass wir dann eben die Mission erfüllen konnten. Jetzt habe ich felslicherweise schon die neue Mission angefangen, die wir dann in der nächsten Episode weiterführen werden. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao! Bis dahin.